Ja, moin moin und meddle meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder bei mir auf dem Kanal seid und danke nochmal für euren Zuspruch zu meinem gestrügigen Stream. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich finde so ein lockeres Quatsch schon immer irgendwie ganz entspannt. Also nochmal vielen Dank für eure Teilnahme. Dann noch zur Info für euch, der Arni Degger und ich haben heute noch ein kleines Fußballvideo aufgenommen, wo wir den aktuellen Spieltag gegen Fipsi tippen, findet ihr auf seinem Kanal, den ich in der Videobeschreibung natürlich auch verlinkt habe. Heute schauen wir uns mal das neue Video von Rainer an, den Vlog 136, natürlich beim Spiegellord, der auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Schauen wir mal rein. Metal, Leute. Sabus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute wieder im Hotelzimmer. Ausnahmsweise zeige ich euch mal irgendwas. Ja, ein paar Tage nachdem ich jetzt unterwegs war, werde ich das Video hochladen. So. Was ein bisschen gruselig ist, ich habe jetzt hier geschlafen, bin jetzt aufgestanden, das ist jetzt elf. Das ist nicht gruselig. Aber ich war jetzt gerade duschen. Unser Medienprofi. In die Kamera gehen kommt immer gut. Schon erstaunlich, dass er das Video nur auf einmal so komplett ohne Einschränkung filmt. Er zeigt sein Hotelzimmer und alles. Kann es vielleicht daran liegen, dass du seit gestern ja schon raus bist aus dem Hotel? Wer meinen Stream gestern gesehen hat, weiß ja, dass er gestern Abend vor dem Hotel von Rainer in Nürnberg einen Polizeieinsatz gab. Und laut Aussagen der Augenzeugen musste Rainer dann das Hotel auch verlassen. Was da aber genau abgelaufen ist, weiß ich leider auch nicht. Aber er wird wohl nicht mehr in diesem Hotel gepennt haben nachts. Einen anderen Grund, warum er nun sein Hotelzimmer zeigt, könnte sein, dass er vorhin in einem anderen Zimmer gefilmt hat. Vielleicht ein Zimmer in Dortmund. Und nun ist er in einem Zimmer in Nürnberg, was er nur kurz bewohnen wird und daher alles zeigen kann. Na, wir schauen mal weiter. Und etwas gruselig finde ich das hier. Was ist jetzt am Verblassen? Was soll das denn sein? Hat er auf seiner Hand geschlafen? Das sieht auf jeden Fall irgendwie komisch aus. Aber ich hatte hier irgendwie so einen Handabdruck drauf. Das Witzige ist, ich kann so einen Handabdruck gar nicht nachmachen. Also das ist immer noch das Gleiche. Habe ich neben allen Hatern, Asozianen und Vollidioten jetzt auch noch Geister, die mich verfolgen? Und da sind wir auch nach knapp einer Minute Video wieder beim Thema Hater und er muss natürlich wieder provozieren, indem er beleidigt und somit wieder alles anstachelt, was er seiner Aussage nach ja immer versucht zu verhindern. Ach Rainer, das ist schon irgendwie schwach. Oder Dämonen oder sowas? Alter, wie gestraft bin ich denn bitte? Was habe ich denn der Welt getan, dass ich so verfolgt werde? Oh, da könnten wir nun einen langen Absatz machen mit allem, was du dir geleistet hast in den letzten Jahren. Aber ich empfehle dir einfach mal meine Videos durchzuschauen und dann die Videos von dem einzigen. Dann hast du, Rainer, schon einen guten Überblick, warum du in deinem Leben jetzt dastehst, wie du gerade dastehst. Egal. Ich will jetzt mal frühstücken gehen. Was ist denn heute? Ich habe jetzt meine Hände natürlich nicht hier liegen. Es ist heute 14. Quatsch, 14. Fünfte. Heute müsste der Sechste sein. Ich wette mit euch, er meint den 5. Fünften, also gestern, weil das Video von gestern aus dem Hotel stammen wird. In seinem neuen Hotel, wo er jetzt ja wahrscheinlich heute sein wird, würde er nicht sofort ein Video hochladen, solange das Hotel noch geheim ist. 100 Pro ist das von gestern. 6. Mai. Genau, ich werde jetzt erst mal gucken, wo ich frühstücke. Also ich werde jetzt erst mal mir meine Schuhe anziehen, meinen Geldbeutel packen und dann werde ich irgendwo mal frühstücken gehen. Ich habe heute ein paar Sachen vor, heute Abend geht es in die Sauna. Das wievielte Mal gehst du denn nun bitte? Schon echt unverschämt. Ganz ehrlich, an seiner Stelle, wenn ich einen Vlog aufnehmen würde und würde in den ersten paar Minuten schon mehrmals gehen, dann würde ich einfach von vorne nochmal anfangen, weil ich einen Mindestanspruch an die Qualität habe. Aber sowas ist schon, ja, wieder unglaublich. Und dann heute Abend zurück ins Hotel. Und morgen werde ich dann, eigentlich wollte ich heute in Ruhe noch einen Stream machen. Du hast doch vor kurzem gesagt, Streams sind gar nicht mehr drin im Moment. Was ist denn nun, Rainer? Du widersprichst dich in jedem Video, das geht mir echt sowas von auf den Senkel. Aber alleine schon, dass er nun in einem Zimmer ist, wo er alles zeigt und sagt, er wird einen Stream machen, ist für mich schon wieder Hinweis genug, dass er vorher, als er meinte, Streams sind nicht drin und er kann nur die weiße Wand im Hintergrund zeigen, in einer Unterkunft war, wo er längerfristig unterkommen wird und daher nicht zeigen will. Ergo, meine Theorie mit entweder Dortmund oder Marion sind weiterhin meine beiden Favoriten. Wo ich hier durch die Gegend laufe, das werde ich auch machen, aber ich mache das dann erst morgen. Also am Freitag, weil heute ist Donnerstag. Okay, also hatte ich wohl recht. Er meinte Donnerstag den 5.5. und nicht den 6.5., weil er sagt, heute ist Donnerstag. So, wir haben es gleich 18 Uhr und er hat noch keinen Stream am Freitag gemacht, war dann wohl wieder heiße Luft, was er da abgelassen hat, aber hey, er hat ja noch Zeit, vielleicht kommt ja heute sogar noch was. Weil ich am Freitag ja schon wieder unterwegs bin, so. Und dann bin ich hier irgendwo in der Nähe, man kann es ja jetzt sagen, weil es ja sowieso keine Rolle spielt, weil wenn ihr das hier seht, ist es sowieso schon raus. Außerdem wissen die ja sowieso gleich wieder, wo ich bin, wenn sie das Hotelzimmer sehen. Ich bin in Nürnberg. Und ja, es ist tatsächlich wahr. Ich bin tatsächlich bei einer Hotelgruppe auf der schwarzen Liste. Also mal zuallererst extrem interessant, dass er nun wirklich seinen Ort nennt und das Video ja gestern um 11 Uhr nach seinen Angaben aufgenommen hat. Also bevor er gesehen wurde und sein Standort bekannt war. Er wusste sofort, dass er gefunden wird dort. Das bestätigt wieder meine Theorie, dass er sich entweder in Dortmund oder bei Marion die letzte Zeit eingeschlossen hat und nicht draußen war, denn dort musste er ganz zurückhalten und ohne irgendwas zu zeigen Videos aufnehmen. Sobald er draußen ist, weiß er, er wird eh gefunden. Und dass du auf der schwarzen Liste bei Hotels bist, ist doch klar. Ich meine natürlich auch klar wegen den Hatern, die da Blödsinn machen, aber natürlich auch wegen so Geschichten, die durch die Presse gehen, wie bei einem Hotel, wo du warst, wo du dein Auto hast stehen lassen, nachdem du nicht bezahlen wolltest. Sowas macht auch nicht den besten Eindruck bei Hotels und Leuten aus diesem Gewerbe. Wie gesagt, natürlich stimmt das, dass es zum größten Teil durch die Hater kommt. Aber ich erinnere nochmal an das Video aus dem Frankfurter Motel One, wo du extrem gönnerhaft getan hast, als wenn dich ja eh niemand finden kann und du kurz, nachdem du das Video abgedreht hattest, gefunden wurdest. Durch solche Provokationen in deinen Videos triggerst du sowas. Und deine Aussage, du hast dich immer stets korrekt verhalten, ist einfach falsch. Frag mal den Hotelier in Werne, wo du warst. Ich wollte eigentlich gestern ins Motel One am Platter einchecken. Stehe dann so da, wollte bar Zahn und alles. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum meine App nicht geht. Hatte schon die Vermutung, dass ich vielleicht wirklich bei denen auf der schwarzen Liste bin. Habe aber gedacht, das kann nicht sein. Und stehe dann wie so ein Vollidiot, weil ich nicht wusste, dass ich da gesperrt bin. Und das Merkwürdige daran ist, dass ich bei dem schon vorher mal war, obwohl ich eigentlich gesperrt gewesen bin, haben die mich trotzdem mal einchecken lassen. Überaus merkwürdig. Ja, egal. Letzten Endes ist es jedenfalls so, dass ich da gar nicht reinkomme. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn ich Hotelier wäre, würde ich dich auch auf eine schwarze Liste setzen, Rainer. Sag ich jetzt auch mal ganz im Ernst, du provozierst, die Hater verfolgen dich. Mir als Hotelier ist es dann natürlich auch egal, ob du dich da als Täter oder Opfer oder die Hater die Agierenden oder die Reagierenden sind. Das interessiert mich als Hotelier ja nicht, was ihr da immer zwischen euch macht. Mir ist nur wichtig, dass es Ruhe gibt und sobald du ankommst, gibt es halt keine Ruhe. Ganz egal, wer da den Stress verursacht. Daher kann ich das schon verstehen. Aber lass mich das nochmal klarstellen. Ich finde es natürlich auch nicht richtig, dass in Hotels 90 Pizzen geschickt werden. Aber ich bin der Meinung, das sind halt Reaktionen aufgrund von Rainers Provokationen und aufgrund von diesem Spiel, was immer hin und her geht. Und Rainer natürlich beenden könnte, es aber nicht will. Eskaliert es halt immer weiter und Unschuldige sind dann davon auch betroffen. Jetzt habe ich mir spontan, kurzerhand ein anderes Hotel suchen müssen. Ja, und jetzt bin ich auf das hier gekommen. Das kostet jetzt vier Euro mehr für zwei Nächte. Aber das macht nichts. Die vier Euro, die habe ich auch noch. Die vier Euro habe ich auch noch. Rainer, es ist der sechste, fünfte heute. Bis deine nächste Zahlung von YouTube kommt, dauert es noch über zwei Wochen. So wie sich das schon wieder anhört, musst du nun schon wieder jeden Taler umdrehen. Und die nächste Auszahlung wird garantiert geringer ausfallen als die letzten Monate, weil von dir im April nicht viel kam an Content, der hätte Einnahmen erzielen können. Oh oh, Rainer, das sieht nicht gut aus für die Zukunft. Ich habe 400 Euro ungefähr im Geldbeutel, also das geht schon. Ja, und jetzt werde ich mich mal aufmachen, werde mal in die Fußgängerzone wackeln, werde mir irgendwo einen Döner holen und werde mich mal irgendwo hinsetzen und frühstücken. Schön, dass er hier selbst das Wort wackeln benutzt. Ich hätte wongeln gesagt, aber okay, mit wackeln kann ich auch noch leben. Und richtig stabil, dass du dir zum Frühstück einen Döner reinziehst. Rainer, Mensch, du machst dich ja richtig. Mal sehen, ob mich Leute erkennen und ansprechen. Wenn mich niemand anspricht, dann werde ich es lassen. Wenn mich jemand anspricht, werde ich Videos machen, werde einen Stream machen. Und mit ein bisschen Glück kann ich es vielleicht hin deichseln, dass ich wieder zurück zum Hotel komme, ohne dass mich irgendjemand sieht. Nein, das hat leider nicht geklappt. Du wurdest natürlich sofort gesehen und Rainer, ganz ehrlich, du fällst halt auf wie ein bunter Hund. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass du da sofort erkannt wirst von irgendjemanden, wenn du durch die Nürnberger Innenstadt wongelst. In der Hoffnung, dass ich noch eine Nacht hierbleiben kann, bevor ich dann morgens zu meinem Bewährungshelfer nach Ansbach los muss und dann da meine Sachen erregeln muss. Auch interessant. Also stimmt es, dass er immer wieder Richtung Nürnberg muss, um seinen Bewährungshelfer zu treffen und er daher wohl immer wieder in die alte Heimat gefahren ist in der Vergangenheit. Erstaunlich ehrlich heute, unser Rainer. Wie kommt denn sowas? Und danach muss ich nach Emskirchen und muss in Emskirchen noch ein paar Sachen erregeln. Dann muss ich die Sache mit dem Auto verkaufen und ja, ich verkaufe mein Auto jetzt. Alles Informationen, die ihr noch gar nicht hattet. Ja, und dann muss ich mein Auto verkaufen und das noch gar erregeln. Das kann ich aber erst am Freitag machen. Ach ja, Rest in Peace, Fort Blue. Du hast alles gegeben und wurdest in ein paar Monaten so runtergerockt, wie ich es vorher wohl noch nie gesehen habe. Mich würde ja aber brennend interessieren, was er wohl noch für diese Karre bekommen wird. Die Preise für Gebrauchtwagen sind ja im Moment extrem hoch, aber für dieses runtergerockte Fahrzeug kann ich mir halt nicht mehr so viel vorstellen. Ich schätze irgendwas zwischen 20.000 und 25.000 Euro und das auch nur, weil der Markt im Moment total astronomische Gebrauchtwagenpreise zahlt. Das ist alles nicht so einfach. Ich denke, das Video werde ich euch bearbeiten und hochladen für den Samstag. Ja, und ich werde es schon mal jetzt auf dem Rechner ziehen, dass ich es schon mal auf dem Rechner habe. Dann kann ich nämlich die Festplatte von der Kamera leer machen, kann mir die Kamera packen und kann mit Hilfe der Kamera schon wieder durch die Fußgängerzone wackeln und da schon mal aufnehmen. Weil Aufnahmen kann man ja lustigerweise auch ein paar Tage später machen. Na gut. Ey, ich habe nur nicht mitgezählt, aber war es jetzt das fünfte Mal, dass der gegähnt hat in einem Sieben-Minuten-Video? Das ist doch nicht mehr sein Ernst, oder? Ach, sowas regt mich echt auf. Qualitätscontent nach zehn Jahren YouTube, aber schneiden? Nee, das muss nicht sein. Er kauft sich Springerstiefel. Aha. Das waren aber nicht die Schuhe, die er in der Nürnberger Innenstadt anhatte, oder? Die waren hinten ja runtergedrückt. Wobei die halt schon aussahen, als wenn das Lederschuhe gewesen wären. Aber er hat ja nun nicht wirklich die Stiefel gekauft und mussten jetzt trotzdem wieder hinten runterdrücken, weil sie ihm nicht passen, oder? Das wäre wirklich der Gipfel der Lächerlichkeit. Und dazu einen nagelneuen Wanderrucksack, eine Fettflasche, einen neuen Aufsatz für meinen Gaskocher, ein bisschen Camping-Equipment für alle Fälle. Und nochmal gehen. Scheinbar bereitet er sich ja nun wirklich auf ein Leben in der Freiheit vor. Reini vs. Wild. Ich weiß ja nicht, ob das gut gehen wird. Natürlich nutze ich davon jetzt hier drin eigentlich nur die Trinkflasche und die Schuhe. Und jetzt spuckt er auch noch in Richtung Kamera. Oh Mann, lecker. Erst muss er alle 20 Sekunden gehen und nun noch die Spucke. Es ist mir wirklich unverständlich, wie dieser Mann mit so einem Content Geld verdienen kann. Aber es macht nichts. Ja. Muss ich jetzt auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Weitere Dach her. Und halt rein. Tschüss, tschüss. Ja und das war es dann auch schon. gespannt, mit was er ja in der nächsten Zeit um die Ecke kommt. Naja, schauen wir mal, was so kommt. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und meddle auf, meine Freunde.